und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von pal world da hinten der schläft einfach ich mach mal die fackel die vorsicht aber weg ich lief die einfach mit sein geweih in deinem bett wir sollten man die nacht überspringen ich weiß gar nicht sind wir in der nacht rausgegangen weil es läuft ja nicht weiter wir sind echt was abends ja kann schon sein ja ich dachte eigentlich dass wir tagsüber gewesen also wir müssen eine palswehrenwerkbank noch bauen ja genau da weiß ich jetzt aber nicht ob wir die jetzt kommen ob die freigeschaltet ich glaube die habe ich noch gar nicht freigeschaltet wird erst mal den sattel möchte ich können freischalten habe ich nicht vergessen dann so wenig wenig ach so die frage hier nicht weiter ach nee ja ja die megasphäre kann ich auch machen jetzt sehr sehr geil die aufsichtskanzel habe ich mal auf dem privaten gebaut aber das ist nur damit du denen sagen kannst dass die härter arbeiten können dass es nicht damit du denen sagen kannst wo die arbeiten das finde ich auch doof wo weizenfeld ist wichtig das muss ich auf jeden fall und die mühle und dann mache ich das zum reiten auf dem das flug pal habe ich doch oder habe ich das nicht sogar nicht das nicht sogar im team neben team ach die hatte ich doch ausgetauscht irgendwann weil die doch kaputt waren aber nein jetzt sagt mir nicht dass ich jetzt hier auf dem stand also quasi den wichtigsten keinen flugding drin habe willst du mich veräppeln wir haben wir haben das noch nicht geholt das müssen wir erst holen das ist doch eine sauerei aber ich habe salat war aber ich habe den hirsch zum reiten jetzt weiß ich aber gerade nicht ob ich den sattel überhaupt gemacht habe das ist der große nachteil wenn man es ist doch mit 11 grad sagen wenn man so viele verschiedene hat nee das ist gesperrt okay dann wohl wieder rein wenn man so viele verschiedene speicherstände hat dann weiß man überhaupt nicht mehr was wo ist ach nee das ist auch gar nicht das hier sondern das hier und den also nee warte mal das ist auch eine primitive werkbank wie sie haben jetzt ach ich bin bei dir auf dem stand hast du das dahin gebaut wo ist jetzt das ding wo man die die sittel mitmachen kann hilfe das ist zum reparieren da komme ich doch komme ich ran ja dann möchte ich den einmal machen ich weiß nicht mehr genau wie schnell der ist aber damit kann man auf jeden fall und es kommt natürlich auch kein paar mal irgendwie zu hilfe oder so das ist wie sieht der epi denn jetzt hier schon wieder aus was hast du für klamotten an muss ich mir noch machen kommt ihr jetzt mal ran hier und helft mir ich würde sagen das überspringe ich einfach mal ja jetzt nun gar nicht da hinten beim epi rum hilft mir doch einfach mal das ist mein eigener der immer mit mir läuft ja dein persönlicher sklave oder was warum kann ja nicht helfen wenn er sowieso schon mal hier drin ist ja ich möchte auch den sattel machen dann helfe ich dir aber wahrscheinlich hast du jetzt alles an material dafür verballert dass ich denn nicht mehr machen kann ja so viel war das gar nicht so du hast den satten für das fliste ding gemacht gar nicht zum fliegen gehen jetzt zum laufen ich habe ja nichts zum fliegen ach was rede ich denn hier vom quatsch ich habe doch neid wegen ich bin wieder da ich habe ihn nicht gesehen ich brauche metall barren wir haben gar nix wir haben ja überhaupt in dem ding hier elektro den ball habe ich auch level 4 das ist auch glaube ich stärker als der andere dann nehme ich den elektro mit anstelle von dem pflanzen dann habe ich eins zum reiten einzelner die barren sollte eigentlich machen aber das mit so einem komischen essen hier noch beschäftigt ich denke mal reiten werde ich auch nicht mehr können wenn ich wenn ich voll bin soll das wollte ich sagen ja jetzt guck mal runter was denn guck mal runter und kommen hier bestimmt nicht hoch oder du reitest irgendwie komisch aber dass du hier an diesen kanten hoch kommst das ist ja ätzend power schuss warte mal das muss ich mal eben cool das ist seine attacke hast du die gesehen nein guck mal komm mal wo bist du dahinten ja ich sehe ich sehe es von hier ja das ist cool der angriff der ganze einfach ich kann gesagt ja nein du wirst jetzt hier nicht anfangen irgendwie noch das ist ja ein fieses pengulett der ist einfach auf das feuer auf das feuer fisch drauf mit dem wasser am spucken sauerei wieso backst du jetzt hier rum sollt ihr weitermachen aber die weidet naja gut sie klemmt zwar dazwischen aber sie beidet angeblich warum bin ich jetzt überladen auch jetzt habe ich das wieso geht er auf die kühlpuppe das ist denn hier mit dem spiel falsch so zack das ist zwar sehr nervig das so zu machen aber anders geht es leider nicht also geht schon anders in die man die einzelnen die richtung wobei es da einen trick gibt habe ich mir sagen dass das hat der epi mir nämlich gesagt dass man wenn man den diesen greifhaken freigeschaltet hat dass man dann zur nächsten truhe also vorausgesetzt wahrscheinlich dass sie nicht zu weit weg ist sich greifen kann sozusagen zu mir kommen direkt vier leute angelaufen wollte ich mich veräppeln aber eines auch bei dir jetzt am zu helfen ja die habe ich da hingeworfen die habe ich da raus geholt das ist aber schön schatz dass du den trick hat er so ein schweres mit e ich kann ja mit e nein ich kann doch nicht abbrechen so da müssen wir noch mal eben die nacht überspringen und dann können wir endlich mal rüber ich würde eigentlich sagen dass wir uns mal den weg bahnen bis zu diesen einen platz wo wir die mine machen können dass wir endlich erz und so machen können was aber es ist glaube ich noch nicht nacht richtig weil die laufen alle noch hier rum die anderen interessieren mich nicht so ihr habt zu arbeiten jungs also macht hin warte mal habe ich ja noch irgendwas aus versehen aufgenommen was ja gut ein paar sachen kündig hier noch kurz das gewollt wo wolltest du hin bei wem wieso habe ich pilze die muss ich auch so siehst du eigentlich wenn ich eine markierung mache wahrscheinlich nicht mehr da wo wir die mine aufbauen ja ach so die acht jahre ist im moment dann gehen wir erst mal mit schnell reisen war immer zu hast du was zum fliegen noch keinen gürtel also keine sattel du hast zu mir gesagt du wolltest die mine wir gerne machen ja deswegen sind wir ja dahin richtung nach rechts steht hier was ist mit denen warte mal eben habe ich die lüchen habe ich dich auf diesen stand schon ja hallo willst du mich veräppeln das wird das zeigt mir an ja dass das da hinten runter ist genau da wo sie wilderer sind so hier ist die mine und ganz viel erz machen verlassen es ist ja völlig nutzlos hier jetzt kriege ich dir mehr schaden als sonst was rein er hat den ruki besiegt dieser dein ding da so ein freitier kriegst du dir hallo hoch der geht auf den vor wo das ist sehr effektiv normalerweise die haben was fallen gelassen fallen gelassen fallen gelassen sehr schön so wobei ich glaube das war unten dran das war jetzt nicht hier oben der eingang war unten wieso zeigt er mir auf welcher seite das ist jetzt die frage oh hier ist noch ein ei das ist gut das hätte ich zumindest nicht gesehen wäre ich jetzt nicht herumgelaufen ja genau da also da wo ich bin ist die mine naja ich bin am eingang lalala lala 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 so das haben wir schon genommen genau die frage ist wird wahrscheinlich darin dunkel sein oder sieht mir so aus geht ja immer nur geradeaus hier zwielichtiger ah von dem habe ich mal was gehört ich glaube den kannst du sogar da steht ein boss symbol aber der greift mich nicht an oder ich kann mit dem reden ich habe so einige palz im angebot hellerware verbotene arten seh dich um mal schauen das ist daran hellerware da habe ich doch einige schon von ja weil er hat diesen dummen dumm und ach der hat nee das ist nicht die biene oder aber die kann ihn kochen oder sowas glaube ich also dieses weil es meine ich er hätte drei neue aber viel zu teuer das kann ich nicht warum ist das hier gemacht ja super ja ist ja eine tolle mine echt kann ich das ding irgendwie anzuhören müsste man eher umleben nicht mine sondern händler oder okay das kann man nicht benutzen ja tolle mine klasse vielen dank spielen dass wir die dann auch mal erkunden durften den boss im turm des syndikats war das jetzt der dieses elektro ja nee das war ja der gelbe mit dem mit der anderen darauf theoretischerweise könnten wir dennoch auch mal versuchen oder welches level hatten wir da privat können wir machen auch jetzt habe ich nicht ernsthaften waffen oh leute hier hinten sind noch wölfe ja da kommt dann fast nichts mehr raus das kannst du vergessen ach das ist doch das sind doch noch affen die affen rasen durch den wald denn wir machen alle kalt oder hinten sind die wölfe aber jetzt kann ich mich wieder nicht nein nein kommt zurück kommt zurück kommt zurück hat wieder langen angriff gemacht obwohl ich nur einmal kurz drauf 6 von 10 ok jetzt ich wollte einmal zurück weil ich nichts ein jahren können weil ich suche ich suche gerade noch ich wollte mal gucken ob hier eine neue wegpunkt ist dass wir noch irgendwas freischalten können dann lass uns mal zum lager hier eben gehen ja pass auf das ist das lag nee nee das lagern sollten nicht dann gehen das ist nicht das ist nicht dass wir das ist doch der punkt ja doch hast du den freigelassen schon ja 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 da ist noch keiner drin ich bin doch gleich tut was auf links ist der große mit dem großen groß ach so kann ich den rausholen wenn ich den jenster draußen hatte ist das denn erstmal oben geguckt ja was war nichts hatte was ist denn hier und neuer warte mal hier ist neuer ja ich habe was am wasser gefunden aber ich komme nicht hin ja aber dass der ist im wasser ja das sind die sind das sind die die mussten so einsammeln ich habe mal angehätet ich schaff's ihnen dann der kriegt so aua au der hat mir einfach mal wo willst du mich hier oh nein der ist ganz oder ist ganz recht das ganz recht ganz frech konsumiert hier soll nein doch ich will die nicht zu sehr treffen das ist das problem ist echt frech so hat er mich jetzt hier angeschossen dann rechts sind die mantra dinge ich kann hier nicht noch weiter runter machen ich habe eine elektro eingesammelt noch yes was hast du hier die mantra dinge komm mal schnell ins lager ja aber die mantra ich weiß nicht ob ich jetzt hier kann ich so einen haben wie du da hast den würde ich gerne haben ich bin mir jetzt nicht sicher ob ich einen hatte auf diesen stand oder nicht warum soll ich jetzt hier hinkommen wenn du den schon hast ja weil der andere doch da hinten fliegt jetzt ist der hinter dem hier der kommt gerade zurück der ist akku ja dann mach du den ja oh alter kannst du auch mal auf den schießen und den holen nein ich bin gerade mit was anderem ja dann mache ich den jetzt kaputt ich kann mir nicht die ganze zeit beschießen lassen ja dann mach es doch mal genau äh äh ne da habe ich was jetzt schon gedacht alter alter war das jetzt ja ja hier oben ist ein flugteil auch jetzt ist der eine weg gelaufen diesen ja wie gesagt ich hab dir die ganze gegengehauen und die wurden dann unsichtbar und ich konnte nicht mehr hauen das ist total scheiße habe ich den bogen überhaupt dabei auch nie ja hab ich ich hab mir erschossen doch nie aber hier sind jeder gegend sind unheimlich viele von denen eigentlich aber hier unten ist der wegpunkt gehen und den habe ich gesucht kommen wir mit zu mir da sind sie ja noch jesuhe da ist noch eins im wasser kannst du das anschießen von denen aus dem wasser ah ja ja mir guck mal da ist auch noch eine das ist ne Kuh, ne Kuh, ne Kuh, ne Kuh zwei Kühe, zwei Kühe zwei nicht kaputt machen das sagst du mir ich nehm die linke und lass bloß deinen Pal weg den habe ich die ganze zeit nicht benutzen lassen oh 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 hoch nicht weglaufen hallo Kuh eine hab ich level up hab ich auch oh jetzt komm schon, komm schon, komm schon, komm schon ich hab zwei Milch eingesammelt ich kann mir Milchshake machen hast du die Kuh endlich oh was ist das denn hier oh endlich ey wir kriegen Milch, wir kriegen Milch, ja oh lauft mir doch nicht entgegen das ist hier in der Nähe vom Wegschreien Eingang zur Klamm gewesen nur für alle die die das wissen wollen hier vorne sind noch von den Flugzeilen welche ich hätte gerne so ein ja obendrauf sind die glaube ich gewesen ne hier sind die hier durch den Durchgang achso und ne hier war der doch eigentlich ne Link warte mal links ist was ah hier ist einer da oben hier ist auch ein Dungeon aber da können wir jetzt nicht reingehen da müssten wir wenn äh der ist da oben in der in der links macht der irgendwas was denn ja der hängt ach das ist ein wilderer boah der hat die Kiste da oben drauf gelassen hm ne die fällt da drunter hallo ich kann wieder nicht schlagen was ist das für ne Scheiße wieso ist man dann immer gestunnt ach ja dann rennt der weg wenn ich da ist ja klar seine Pistole hängt hier kann ich die nehmen das sah aus hm da hinten sind noch Kühe aber wo sind die Fliegteile ich meine die waren als ich hier war hier oben hallo springen ich weiß nicht ob das jetzt hier die Ebene oh ja hier ist der Boss und da waren auch die Viecher immer welcher Boss dieser äh ja ne ja Boss ist es glaube ich nicht Broncheri Level 20 brauchst du dich nicht ranzutrauen das ist richtig Mist ne der ist easy was sollen wir machen oder was ist das eigentlich für ne der ist Level 20 also bei dem Level was ich jetzt hier habe ach so ne dann lass aber heute hier ist Kohle oh Mist ach stimmt die Kohle ich hab keine Rüstung dafür wie keine Rüstung ne ja Spitzsacke kaputt hab ich dir gesagt deswegen wollte ich ja zurück ja hier dann sammeln könnte ich wenn du das nicht automatisch einsammeln würdest ne warte mal hä ich sammle das gerade an ja ja du sammelst es gerade ein oh jetzt kann ich nicht mehr kann ich nicht mehr ok ich bin voll scheiße das ist aber noch eine Truhe oooooh ja die kannst du aber mitnehmen nein das sind die Wolken Dinger ja shit ich kann mich nicht bewegen ja die kannst du mitnehmen du bist lustig wie hast du den denn geworfen bitte einmal auf den Boden und dann da hoch oder was soll ich mal drauf schießen aber der macht wahrscheinlich zu viel Schaden Aua ich hatte meinen Schaden ja auch erhöht mit den Punkten ne das wird nix jetzt krieg ich kein da oben ist noch ne Kuh scheiße ich kann mich nicht bewegen einen hab ich aber hier sind noch mehr davon hier oben glaube ich wenn du zu der Ebene gehst oooooh Leute ich will mich bewegen können wie wie soll ich die Kuh noch mitnehmen ja die kommt gar nicht hä das macht null Schaden oder was jetzt hör auf ich schieße nur noch drauf na aber das ist viel zu wenig ah hier ist so ein Flieger zwei Stück oh Mist wir müssten beide den angreifen komm mal mit oh ne das ist doch nicht zu wenig ne bist du denn ne das ist nur einer ah hier ist ein Ei scheiße das ist aber so schwer oh das ist gar nicht gut gar nicht gut gar nicht gut ich kann mich gleich gar nicht mehr bewegen nein ich hab keine Pfeile mehr ich bin so doof ey ach man ja komm ey fick dich einfach ich brenne ach da bist du ach ich brenne so weit kann ich nicht schießen hä boah ist doch scheiße so dahin zu gehen hallo ich was ist mit dem der ist transparent ja ja das hatte ich doch auch die ganze Zeit nein das habe ich nicht gehabt so die sind verbuggt aktuell oder es ist wirklich nur hier oben drauf das weiß ich nicht ich habe die nur hier oben gefangen ne ich kann sie nicht ich kann aber ja dann lauf mal mit dem nach hier wo ich bin weil wie gesagt ich komme nicht hinterher so wie du wegläufst ich habe keine Pfeile mehr ohne Pfeile kann ich den nicht kriegen nur wenn er nicht kommt kann ich ihn auch nicht anschießen deswegen keine Ahnung wo er ist ist immer noch da oben ja danke dass er mich wieder anhittet ey nein er hittet mich an schieß mal ich kann nämlich nicht ausweichen noch ja hallo naja das wird nix ich brenne und sterb jetzt da dran ach man ey oh es kann doch nicht sein dass das so ungenau ist Mann ich hätte ihn gehabt er hat 100% mach nochmal er hat sie mich retten er hat sie mich ach ja ich kann hier nicht ich kann doch nicht rollen toll schön super wir werden beide sterben ja wieso unterbricht der mich dann dabei ja weil du auch brennst du bist auch tot gleich ich glaube ich habe ihn aber nein da stand 100% gerade Schatz aber wir liegen einträchtig ineinander ja weil ich mich nicht mehr bewegen konnte weil ich unbedingt das Ei noch schnappen musste ich war zu gierig das war es ja das war wie Gier ich würde sagen mit diesen super tollen letzten Szenen hier beenden wir erstmal die Folge und sehen uns dann hoffentlich ausgeruhter in der nächsten Folge im Larka Vita Ciao Ciao vielen Dank für dein Like wenn du mehr davon sehen möchtest dann darfst du mich auch gerne abonnieren dann